Herzlich willkommen zu einem neuen Review von TopTrends. In diesem Video präsentieren wir dir die Wolfbox G840S 4K Spiegel Dashcam mit Rückfahrkamera. Diese Autokamera verspricht nicht nur hochauflösende Aufnahmen, sondern auch eine Vielzahl intelligenter Funktionen für ein sicheres Fahrerlebnis. Wir werden jeden Aspekt dieser Dashcam eingehend unter die Lupe nehmen, von Design und Installation bis zu den Funktionen und der Bildqualität. Beginnen wir mit dem ersten Eindruck, dem Design der Wolfbox G840S. Mit ihrem beeindruckenden 12 Zoll großen IPS-Touchscreen hebt sie sich von anderen Rückspiegelkameras ab. Der Bildschirm wurde nicht nur vergrößert, sondern auch mit einem gekrümmten 2,5D-Display versehen, um eine nahtlose Integration in das Fahrzeug zu gewährleisten. Diese Krümmung passt sich perfekt der menschlichen Netzhaut an und sorgt für ein angenehmes Nutzungserlebnis. Die Smart-Split-Screen-Funktion ermöglicht es, gleichzeitig die Aufnahmen der Front- und Rückkamera anzuzeigen, wodurch tote Winkel minimiert werden. Die 170 Grad Front- und 140 Grad Rücklinsen erweitern das Sichtfeld erheblich, was besonders beim Fahren und Rückwärtsfahren von Vorteil ist. Ein weiteres Highlight ist die anpassbare Rückfahrkamera, die nicht nur im Winkel verstellbar ist, sondern auch über eine Flip-Funktion verfügt. Ideal, wenn die Ansicht während der Nutzung auf dem Kopf steht. Die Installation der Wolfbox G840S gestaltet sich denkbar einfach. Sie kann direkt auf dem vorhandenen Rückspiegel platziert werden, ohne diesen zu beschädigen oder die Sicht zu beeinträchtigen. Der OEM-Look lässt die Kamera perfekt in das Design des originalen Rückspiegels integriert aussehen. Ein Pluspunkt ist die großzügige Kabellänge von 6 Metern für die Rückfahrkamera, was für die meisten Fahrzeugmodelle ausreichend ist. Solltest du jedoch ein SUV oder ein Wohnmobil fahren, bietet Wolfbox die Möglichkeit, ein längeres Kabel anzufordern, entweder 10 oder sogar 15 Meter lang. Diese Flexibilität macht die Dashcam auch für größere Fahrzeugtypen geeignet. Die Wolfbox G840S überzeugt nicht nur durch ihr ansprechendes Design und ihre einfache Installation, sondern auch durch eine beeindruckende Palette von Funktionen, die das Fahrerlebnis auf ein neues Level heben. Die Dashcam bietet eine Zwei-Kanal-Wiedergabe, die es ermöglicht, die Videos der Front- und Rückkamera auch gleichzeitig auf dem Computer anzusehen. Die Schleifenaufzeichnung ist eine weitere nützliche Eigenschaft. Die Rückspiegelkamera überschreibt automatisch die ältesten Dateien, um sicherzustellen, dass wichtige Videos nicht verloren gehen. Das bedeutet, dass du dir keine Gedanken darüber machen musst, ob deine Speicherkarte voll ist, die Kamera kümmert sich selbstständig darum. Durch die intelligenten Funktionen wie die Rückansicht von Streaming-Medien, GPS-Funktion, Rückfahrhilfe, einstellbaren Anzeigewinkel und die Loop-Aufnahme wird das Fahren nicht nur sicherer, sondern auch komfortabler. Die Dashcam bietet eine Vielzahl von Optionen, um das Fahrerlebnis an deine individuellen Bedürfnisse anzupassen. Ein entscheidendes Kriterium für jede Dashcam ist die Bildqualität und die Wolfbox G840S enttäuscht hier keineswegs. Mit einem integrierten, hochwertigen Chip zeichnet die Kamera Vorder- und Rückbilder in Full HD mit 2160p auf, was gestochen scharfe Aufnahmen ermöglicht. Das verbesserte, reflexionsarme LCD minimiert störende Reflexionen tagsüber, während die Sechsschicht-Glaslinse die Nachtsicht in dunklen Umgebungen verbessert. Selbst kleinste Details wie Nummernschilder werden klar und deutlich dargestellt. Die Super-Nachtsicht der Wolfbox G840S ist ein echtes Highlight. Dank des hochwertigen Chips und der Glaslinse bietet die Kamera eine hervorragende Sicht in schlecht beleuchteten Umgebungen. Dadurch erhältst du auch bei Dunkelheit gestochen scharfe Aufnahmen und die Dashcam gewährleistet so auch deine Sicherheit beim nächtlichen Fahren. Die Wolfbox G840S geht über das bloße Aufzeichnen während der Fahrt hinaus und bietet eine umfassende Parküberwachung. Der G-Sensor spielt dabei eine entscheidende Rolle. Bei erkannten Kollisionen schaltet sich die Dashcam automatisch ein, um das Video aufzunehmen und zu sperren. Dies stellt sicher, dass wichtige Beweise bei einem Unfall gesichert werden. Die Zeitraffer-Video-Funktion ist eine clevere Ergänzung zur Parküberwachung. Nachdem das Fahrzeug ausgeschaltet wurde, zeichnet die Kamera weiterhin auf. Sollte dein Fahrzeug während dieser Zeit beschädigt werden, sperrt die Dashcam das Video automatisch. Die Zeitraffer-Aufnahme ermöglicht es, einen längeren Zeitraum zu erfassen, in dem die Anzahl der Bilder im Video reduziert wird. So hast du eine umfassende Aufnahme deines Fahrzeugs über den gesamten Tag hinweg. Ein weiteres beeindruckendes Merkmal der Wolfbox G840S ist der Superkondensator. Dieser ist in der Lage, Temperaturen von minus 20 bis zu plus 65 Grad Celsius standzuhalten, was die Gefahr von Überhitzung, Explosionen und Schmelzen deutlich reduziert. Der Superkondensator stellt sicher, dass die Dashcam unter extremen Bedingungen zuverlässig funktioniert und deine Sicherheit nicht gefährdet wird. Der Superkondensator macht die Wolfbox G840S zu einem zuverlässigen Begleiter, der unter verschiedenen klimatischen Bedingungen bestens funktioniert. Insgesamt präsentiert sich die Wolfbox G840S als eine vielseitige und leistungsstarke Spiegel-Dashcam mit Rückfahrkamera. Ihr beeindruckendes Design, die einfache Installation, eine umfangreiche Auswahl an Funktionen und die beeindruckende Bildqualität machen sie zu einer empfehlenswerten Wahl für jeden Fahrzeugbesitzer. Die Parküberwachung und der Superkondensator sind zusätzliche Features, die das Gesamtpaket abrunden. Wenn du auf der Suche nach einer zuverlässigen Dashcam bist, die deine Sicherheit auf der Straße und im Stand maximiert, ist die Wolfbox G840S definitiv eine sehr gute Wahl. Bei Amazon erreicht die Wolfbox G840S 4K Spiegel-Dashcam eine Kundenzufriedenheit von 4,4 von 5 möglichen Sternen bei derzeit über 9.400 abgegebenen Bewertungen. Der Preis liegt zurzeit bei 190 Euro und mit dem zeitlich begrenzten Coupon über unseren Link sparst du derzeit 15%. Das war's mit unserem Video über die Wolfbox G840S 4K Spiegel-Dashcam. Du kannst sie dir genauer ansehen und den aktuellen Preis prüfen, wenn du am besten sogleich auf den angegebenen Link unterhalb dieses Videos klickst. Vielen Dank, dass du das Video bis zum Ende geschaut hast und wir hoffen, dass wir dir bei deiner Entscheidung die Wolfbox G840S 4K Spiegel-Dashcam zu kaufen helfen konnten. Wenn dir das Video gefallen hat, würden wir uns über ein Like sehr freuen. Abonniere doch auch unseren Kanal und aktiviere die Glocke, damit du zukünftig kein Video mehr verpasst. Solltest du Fragen zur Dashcam von Wolfbox haben, schreibe es uns in die Kommentare und wir werden versuchen, dir so gut wie möglich zu helfen. Wir hoffen, dass du auch beim nächsten Video wieder dabei bist und wünschen dir noch einen schönen Tag oder Abend, je nachdem, wann du das Video schaust. Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal.